So Leute, das war richtig die Aufnahme und die war 15 Minuten waren voll, es geht direkt weiter mit GTA von Andrea und die Bullen sind uns immer noch näher. Diesmal kostet das nichts, aber das kostet 100$. So, machen Abgang hinter mir, Alter. Ich bin froh, dass du uns getötet hast, CJ. Ich muss mich selbst checken. Ich bin tot? Hey Karl, ignore das, motherfucker, du hast gut gemacht. Du bist mit der Grobe und die Baller wissen es. Also, beobacht dich von jetzt, CJ. Ja, ja, für schon, du kennst das. Ich sehen dich später. Hier, mach das, geh' dir selbst ein Bier. So, 500$ und ich geh' nochmal einen Schritt gespeichern. So, irgendwann direkt weiter. Okay. Sweet scale. Sweet, smoke. Shit, where all the holes at? Hey, Carl, no time to chit-chat. You see in a Seville family beer, work out on the street, and the boys don't like it. I'm pinned down in Seville hood, and we need a ride out of here. Pronto! Oh, for sure, man. Hang in there. Drive-by image and get heated. Oh, sweet. Ich habe nur noch viel gefühlt über mir in die Karre gefahren. Mal Abgang. Easy. Easy. Jesus. Of course I'm pain. Get out. Shit, Alter. Fuck. Okay. So, wir müssen auch erst mal gestorben spielen. Fuck. Was hat man auf ein Leben gehabt? Ah, fuck. Shit, Alter. Ich nehme jetzt erst mal Munition. Ah, fuck. Fuck. Geplant war das halt. Ich sterb. Ich stehe drüber um die Dach, Alter. Ich stehe drüber. Ich habe mich über 200 Dollar. Was ist das, was ich? Untertitelung. BR 2018 Hey, das ist jetzt gerade ein Fail. Endless. Danke, CJ. Oh. Oh. Danke, CJ. Können wir jetzt überspringen? Jetzt können wir auch überspringen. Oh. Oh. Reise. Oh. 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 Das ist mein Bruder! Get a car, we'll meet you out front! Is Ville family alright? C.J. I'm blowing your head! Don't worry girl, I don't drive as bad as C.J. Should have been a jumper or something? She got her sister, C.J. You want her now? Shit is crazy bruh! We gotta bring the families back together! So, Leute. Wäre auch geschafft. Ich sehe dich im Saal. Man, das Set-Trippin hat die Familie zu tun. Du bist gut hier. Hey, ich bin ein Johnson-Boer. Hey, ich habe ein Unfinished-Business. Good luck. Ich habe zwei Krippe auf YouTube. Thanks homie, that's great. So. I should have joined the army then. Also steht jetzt mir ein Zebe hier rein. Thanks dog, that's cool. Oh shit. What? Gut. Können wir einfach mal speichern. So, ich beende jetzt aber diesen Kanal. Also dieses Video für jetzt. Weil ich will jetzt die Feuerwehrme-Film machen. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao. So.